Hallo zusammen, hier ist der Bürger von AudioSteps und im zehnten Teil unserer Vorstellungsserie zum Major Update von Studio One auf die Version 4.5 möchte ich euch heute die überarbeiteten Gruppenfunktionen bzw. diese ganzen Improvements zeigen, die Studio One in die Version 4.5 gepackt hat und ihr kennt das ja schon, ihr wollt Spuren gruppieren und das ist ein ganz hilfreiches Mittel, wenn ihr zum Beispiel mehrere Spuren habt und ihr wollt bei allen Spuren an der gleichen Stelle editieren, dann bietet es sich an, diese Spuren aneinander zu koppeln bzw. zu gruppieren, das kennt ihr schon, ich habe jetzt mal hier sieben Drumspuren aufgerufen und jetzt markiere ich diese Spuren alle mal und durch einen Rechtsklick darauf kann ich entweder hier auf ausgewählte Spuren gruppieren oder durch STRG beim Mac entsprechend anders diese Spuren aneinander koppeln. Jetzt seht ihr es schon, ich habe das angeklickt und muss diese Gruppe natürlich jetzt auch benennen und ich nenne sie logischerweise Drums und ihr kennt das, wenn ich jetzt irgendwo ein Edit setze, sagen wir mal hier, dann wird das auf alle Spuren übertragen. Ja, ziemlich hilfreiche Sache. Wenn ich diese Spuren natürlich nicht gruppiert habe, ich habe die jetzt mal aufgelöst und ich editiere dann an irgendeiner Stelle, dann seht ihr, dann sind die Sachen unabhängig voneinander. Aber auch das hat Studio One oder Presonus jetzt gelöst, ich gruppiere die jetzt wieder. Kopieren, wir nennen sie Drums, weil ich die vorher gelöscht habe. Drums. Wenn ihr jetzt mal hier unten auf den Mixer geht, dann habt ihr durch Anklicken dieses Symbols jetzt auch eine Anzeige aller Gruppen vorliegen. Ja, ihr könntet jetzt hingehen und die Gruppe entweder deaktivieren, das geht, ihr kennt das durch die Kanalanzeige, da klickt ihr auch einfach drauf und deaktiviert dann einen entsprechenden Kanal. Ihr könnt jetzt auch Gruppen deaktivieren. So, das ist die Gruppe deaktiviert und jetzt kann ich entsprechend reinschneiden, ich aktiviere wieder und dann werden die Cuts immer da auf alle Spuren übertragen, wo ich dann entsprechend das Edit oder den Schnitt gemacht habe. So, das könntet ihr einmal tun. Jetzt sind all diese Spuren hier gruppiert. Ihr könnt aber auch einzelne Attribute aus der Kopplung entfernen. Jetzt wären hier zum Beispiel alle Bearbeitungsschritte, die Lautstärkenveränderung, Stumm, Solo, Schalten, Aufnahme, Mithören, Insatz und Sense wären jetzt gekoppelt. Und ich möchte jetzt mal die Lautstärke in dieser Gruppe entkoppeln. Das heißt, ich deselektiere das. Wenn ich jetzt hingehe, kann ich auch die einzelnen Fader nochmal verändern, aber das Edit, seht ihr weiterhin, ist weiterhin gekoppelt. Und wenn ich die Lautstärke jetzt mitselektiert hätte, dann würden sich alle Fader entsprechend bewegen, weil die ja miteinander gekoppelt sind. So kann ich die Sachen entsprechend deselektieren. Was auch ziemlich cool ist, ich deaktiviere diese Gruppe jetzt mal, dass ihr natürlich auch unendlich viele Möglichkeiten habt, jetzt innerhalb einer Gruppe verschachtelt weitere Gruppen anzulegen. Sinnvoll wäre hier zum Beispiel, dass ich die beiden Bassdrums, Bassdrumsignale gruppiere. Wir haben sie schon übernommen, BD, Bassdrum, zack. Und eine andere Gruppe wären vielleicht die Overheads zu gruppieren. Das mache ich auch mal. Overheads. So, und diese Sachen sind natürlich alle global in der Gruppe Drums organisiert. Das heißt, klar, einmal das Schneiden so, wenn ich jetzt die globale Gruppe Drums deselektiere und nur noch diese beiden Untergruppen, die ich eben angelegt habe, habe, dann seht ihr es schon. Dann kann ich auch lustig, wie ich bin, einfach in diesen Spuren schneiden. Und dann habt ihr hier natürlich auch die Möglichkeit, entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Ich finde, das ist ein großes neues Feature, weil ihr so einfach die Möglichkeit habt, es spart euch einfach noch mehr Zeit. Ihr müsst nicht immer wieder alle die Gruppe auflösen und dann entsprechende Änderungen vornehmen und dann die Gruppe wieder zusammenfügen. Das war vorher ein bisschen umständlich. Das hat Presonus, wie ich finde, ganz, ganz toll gelöst. Ja, in den Spuren im Mixer seht ihr es natürlich weiterhin an diesem Gruppensymbol. Sind die Spuren gruppiert oder sind sie es nicht? Und durch Anklicken einer einzelnen Spur könnt ihr euch auch hier die Gruppenzuweisung anschauen. Die könnt ihr sogar umschalten. Das heißt, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt hingehen, mal angenommen, ich habe da noch eine Shaker-Spur und die möchte ich der Gruppe noch hinzufügen. Tun wir mal so, als wäre das die Shaker-Spur. Dann packe ich das einfach noch mit in die Gruppe rein und zack, hängt diese Shaker-Spur, die jetzt die Bass-Spur ist, mit in den oberen Spuren drin. Und genau, kann sie auch natürlich deselektieren und dann ist das Ganze wieder raus. Ja, das waren die neuen Gruppenfunktionen und viel Spaß beim Editieren. Habt ihr bestimmt jetzt mehr als vorher. Ich bin raus, bis später. Ich bin raus, bis später.